Kleiner Mathe-Hack für Prozente. Wusstest du, dass man die zwei Nullen des Prozentzeichens mit zwei Nullen vom Grundwert kürzen kann? Bei den 9% von 300 heißt das, dass du die zwei Nullen vom Prozentzeichen mit den zwei Nullen der 300 kürzt. So bleibt nur noch 9 mal 3 übrig. Und das ist 27. Das Ganze funktioniert nicht nur, wenn zwei Nullen beim Grundwert sind, sondern auch, wenn eine Null beim Prozentsatz und die andere beim Grundwert ist. Bei den 340% von 20 kannst du eine Null bei der 20 und eine bei der 340 kürzen. Jetzt hast du nur noch 34 mal 2 und das ist 68. Schauen wir uns mal gerade an, warum das Ganze funktioniert. Prozent bedeutet ja ungefähr so viel wie von oder pro 100. Ein Prozent ist das gleiche wie 1 pro 100 oder ein Hundertstel. Anders geschrieben 1 geteilt durch 100. Nehmen wir mal das Beispiel 10% von 10. Die 10% können wir als erstes umschreiben in den Bruch 10 Hundertstel. Die 100 ist hier rot, denn die steht ja für das Prozentzeichen. Die mal 10 hinter dem Bruch können wir auch auf den Bruchstrich schreiben. Somit erhalten wir 10 mal 10 geteilt durch 100. Da die beiden 10 multipliziert werden, können wir jetzt zweimal durch 10 kürzen. Die erste 10 mit der ersten Null der 100 und die zweite 10 mit der zweiten Null. So bleibt nur 1 mal 1 durch 1 übrig und das ist 1. Schauen wir uns den Bruch vom Ende nochmal genauer an. Die beiden 10 oben im Zähler waren eigentlich der Prozentsatz und der Grundwert. Die 100 im Nenner war unser Prozentzeichen. Im Grunde haben wir also die Nullen von Prozentsatz und Grundwert mit dem Prozentzeichen gekürzt. Und das hätten wir auch direkt mit den 10% von 10 machen können. Die zwei Nullen von dem Prozentzeichen mit den zwei Nullen der 10 kürzen. So kommen wir auch auf das Ergebnis 1. Machen wir weiter mit unserem Beispiel links. Bei den 7% von 80 können wir nur eine Null kürzen, nämlich die von der 80. Jetzt multiplizieren wir wieder die 7 mit der 8. 7 mal 8 sind 56. Da wir die eine Null des Prozentzeichens nicht kürzen konnten, müssen wir jetzt das Komma verschieben. Eine Null kürzen ist ja das gleiche wie durch 10 zu teilen. Wir verschieben das Komma also um eine Stelle nach links. 5,6 ist unser Ergebnis. Beim nächsten Beispiel, den 11% von 6, können wir gar keine Null kürzen. Hier rechnen wir direkt 11 mal 6. Für die erste Null des Prozentzeichens verschieben wir das Komma um eine Stelle nach links. Und für die andere Null machen wir genau das gleiche, also noch eine Stelle nach links. In dem Fall ist unser Ergebnis also 0,66. Das letzte Beispiel ist jetzt ein kleiner Test für dich, ob du das Ganze verstanden hast. Die Lösung steht in der Videobeschreibung.